Und zack. Aber jetzt dürft es dann schon langsam mal reichen. Irgendwann ist es auch nicht mehr lustig. Ist die da wegfressend? Aber was soll's? Was tut man nicht alles für die Bevölkerung? Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Sehr vorbildlich. Aha, da muss man den kontinuierlichen Level halten. So wie's aussieht. Es wächst zumindest schon langsam. So, ob ich den Signat noch fertig bekomme, bevor das die Exekutive fertig sind? Ach. Fisch wirk knapp? Nicht wirklich, oder? Ihr verarscht mich doch. So, welche Handelsroute ist das? Das ist die Nummer 2. Einladen. Fisch. Ausladen. Fisch. Schließen. Schließen. Machen wir hier noch ein paar fischproduzierende Gebäude. Das dürfte reichen. So, dann haben wir das auch noch ausgebaut. Vielleicht hilft's was. Alle hier glauben an ihre Vision. Das spürt man. So, aber die Ökobilanz ist mal wieder gefallen. Wieso auch immer. So, aber es rührt sich was. So, machen wir hier noch eine Straße rum. Gigantisch. Wie viele Arbeiter beschäftigen sie hier eigentlich? So viele, das reicht. So, der Bauplatz zieht ja alles weg. Alle Ressourcen. Das ist ja wirklich eine Mammutaufgabe. Die hätte ich jetzt eigentlich nicht angehen dürfen. Ich glaube, ich kaufe noch ein bisschen ein. Handel. Einkaufen. Bauzellen. Einkaufen. Werkzeuge. Dann dürfte das besser passen und so. Die Kohle haben wir ja. Dass wir es ausgeben können für sowas. T-Past steigend steigend. Reise ist mal fallend. Die Bauarbeiten wurden eingestellt. Aber weshalb? Ja. Es scheint gewisse Probleme auf der Baustelle zu geben. Ja, weil ich mit dem Werkzeug nicht nachkomme. Mann, mecker nicht rum hier. Aufsteigen will eh keiner mehr. Wieso denn das? Ökologie ist auch wieder gewaltig gefallen. Energie haben wir 60 plus momentan. Hier ist eine T-Plantage im Stillstand. Ja. So, kommt hier bald der Fisch. So, ja. Du mal wieder. Äh. Hallo? Ach so. Die Leute arbeiten wirklich hart. Aber es reicht eben nicht, um sich etwas beiseite zu legen. Ich kann euch nicht auf Null schrauben. Hm. Alle hier glauben an ihre Vision. Oh mein Gott. Das wird ja noch riesig hier. Aber auf das Gebäude bin ich schon echt gespannt und so. Weil das wird wohl extrem mächtig werden. Äh, 3D-Beamer. 3D-Beamer. Ach. Die Roboter wollen die auch noch. Und zufrieden bin ich nicht gerade. Aber ich hätte einige Verbesserungsvorschläge. Die 3D-Beamer sind schon aufgebraucht, oder? Ja, natürlich. Aber mehr Leute wollen auch nicht. Muss ich jetzt die Roboter auch noch kaufen? Mais. 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 Wer hat denn Mais hier? Welche Insel? Die nicht. Äh. Die hat Tee. Die hat Weizen. Die hat Mais. Na super. Was bräuchte ich denn alles für den Scheiß? Spiel gespeichert. Mööö. Kupfer jetzt. Bäh. Und ne Aquafarm. Hm. Doof. Ich glaube, wenn ich das alles erfüllen würde, dann würde es schon passen. Aber will ich nicht einkaufen. Den Roboter bitte. Danke. Auch wenn es mich jetzt ewig viel kostet. Aber Hauptsache zufrieden, die Leute. Nicht jetzt. Sind gerade Nachrichten im Fernsehen. Interview mit Jana Rodriguez. Aha. Gut, dass euch das Spaß macht. Ausreichend erfüllt. Die Konstruktionspläne dieses Gebäudes sind beeindruckend. Dann ist ja gut. So. Ich könnte hier noch ein Stück rumbauen. Dass hier das mal in Schwung kommt. Dass wir hier endlich mal genügend Leute kriegen. Für das, was wir hier vorhaben. Na gut. Eigentlich nur, um die Mission zu erreichen. Aber was soll's. So. 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 Machen wir hier einen Weg rum. Nö, dö, 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 dö. So. Do ist Ding. So. Dann kommen hier noch ein paar Häuschen her. Dann haben wir noch ein paar. Das hier ist genau deine Kragenweite. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock. Abbrechen. Na, du bist mir ja eine große Hilfe. Ja, immer doch. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass ich hier das gerade bewerkstellige und so. So. Jetzt ist die Ding auch schon wieder beinahe voll. Jetzt geht mir bald der Bauplatz aus. Wo ich hier noch ein paar Leute reinzwicken könnte. So. Aber meine Bevölkerung wächst und das ist klasse. So. Ah, ein Stück hätte ich noch. Ein paar könnte ich noch bauen. Mache ich auch so eben. Oh, oder auch nicht. Mir gehen schon wieder die Bauzellen aus. Aber hier stehen wir auf Anschlag. Das gibt's ja nicht. Das gibt es doch nicht. So. Jetzt muss ich mir mal kurz nachgucken. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Oh. Oh. Habe ich die Straße nicht ganz hingebaut. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Dann muss ich hier noch... Baue ich hier noch zwei solche Dinger her. Die Produktion habe ich ja gerade. Wenn ich hier so viele Bauzellen habe. Das ist gigantisch. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie hier eigentlich? Puh. Noch so viel. Ah. Da kommt die nächste Welle, die aufsteigen will. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. Ach. Wieso? Ach so. Die Gemeinschaft fehlt. Dem kann ich dir leider nicht helfen. So. Bäm. Weg. Achtung. Produktionsstillstand. Wo? Ach. Reg mich nicht auf. Hier. Zoll die Kacke. Immer hier rummärmeln. Die wollen Mitbestimmung, die Leute. Die Leute arbeiten wirklich hart. Aber es reicht eben nicht, um sich etwas beiseite zu legen. Ich weiß es ja. Ich weiß es ja. So eine verdammte Pleite. Ja, ja. Mir wurscht, ob dein Fluss sinkt oder nicht. Die Steuereinnahmen sind schon über 4000 Credits gestiegen. Ich könnte mal gucken, ob mir nicht schon wieder irgendwas zu wenig wird. Tee haben wir maximal. Sushi steigt. Communicator steigen. Okay. Passagerichte werden ein bisschen weniger. Jetzt auch nicht dramatisch. So. Aber hier kommt wieder eine Aufstiegswelle. Die dürfte jetzt bald mal reichen. Von wenn vielleicht der Senat auch sich mal genehmt und fertig wird. Nach ökologischen Gesichtspunkten geplant. Sehr vorbildlich. Hm. Da fehlt noch einiges, was gebaut werden muss. Wie man hier sieht. Und wohlgemerkt, das ist die erste Bauphase. Mir wird schlecht. Aber ich kann es mir leisten. Bei der Knete, was ich jetzt beiseite habe. So. Könntet ihr bitte mal aufsteigen? Könnt ihr euch dazu durchraffen? Äh, aufraffen. Aufzusteigen. Zeit totschlagen kann ich woanders auch. Da brauche ich dich nicht dafür. Mann, leck mich. Ja, die 2500 von den Leuten wird schon ewig hart. So. Hummer. Vielleicht findet ihr ja doch mit Glück gerade mal. Eine Diamantenvorkommen. Was ich aber weniger glaube. So. Hier sind normale Erzminen. Hm. So. Da muss ich hier mal auch rüber gucken. Hier auch nicht. Nichts besonderes. Das sind auch normale Minen. Hm. Muss unter Wasser errichtet werden. Ach so. Benötigt Rufstoffvorkommen. Diamant. Ach so. Ist nicht meine Hütte? Hm. Ah, fehlende Fruchtbarkeit. Ist ja auch toll. Wusste gar nicht, dass Diamanten wachsen. So. Aber jetzt.